Ich warne uns. Der folgende Beitrag könnte verstören, Junge. Du weißt, dass etwas passiert. Das ist passiert. Das Motorrad fährt um. Und der, der brennt, rennt. Der Beitrag beginnt mit der dunkelbraunen Holztür, in der ich auftauche. Mit meinem Ankommen im Weihnachtszimmer. Du filmst von draußen in den Bus hinein. Du hältst inne, als du den Jungen das Mädchen siehst. Ich, die einsam ist, in Gladwell rennt. Und ich weiß, dass es noch ein Video gibt, auf dem der Junge ist. Ja, wo ist denn der Weihnachtsmom? Und da war das Christkind schon da? Ich gucke nicht kurz rüber zu Papa. Der muss sich ja total schämen, dass er das gefilmt hat. Ich hab in meinem Leben schon abgeschlossen. Aber Sie können doch das Leben der Geisel nicht aufs Spiel setzen. Das folgende Video ist kein Video. Das folgende Video ist das Ende von Weihnachten, 96. Weihnachten ist ja nicht vorbei, wenn die Kippen uns das nicht auf den Fass hängen. Und nicht mehr atmen können! Und nicht mehr sehnen können!